Ich denke, den anderen haben wir ja erstmal ausgelassen. Ja, ja, ich geh mal zur Seite. Oh! Äh, ja, ähm, 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 ähm. Au! Ich hole die hinten bei, ähm, irgendeine Munition. Ich suche mal eine gute Stelle dafür. Zum Beispiel hierhin. Ich will nicht mehr, wenn ich die nächste Stelle bin. Ich will nicht mehr, wenn ich die nächste Stelle bin. Das ist das auch möglich. Ich will nicht mehr. Ich werde mehr, Ebo. Das stimmt! Ich hebs so. Ich hebs so. Ich weiß es nicht. Hat er. Bitte. Ja, da kommt er wieder. Zwei, voll drei. Ah nein, sind wir ja vorbeigelaufen. Jo. Good job. Good job. Good job. Jo. Irgendwo in diese Richtung. Komm er da durch. Könnte sein. Was, Leichen da durch? Ah. Ah, hier war schon ein Blauart. Oh, Charakter. Hm? Jo, Liz. Ab. Ist der Blau? Ich hab keine Ahnung, wie der Blau ist. Hier ist niemand Blau. Was? Hier ist niemand Blau. Ähm. Braucht der gerade Molly? Nö. Ja. Oh, ich muss das gut einfach mit. Ja, wo ist es? Okay. Hallo Molly. Das war ein Hund Kurs. Nee. Ja. natürlich für den hund und rund 6 da hoch sicher aber ja ich glaube das ist eine kürzere strecke als wenn wir die ganzen anderen weg zurücklaufen ganz am einfach ja das beste ist da drüben irgendwo ist dieser blöde kokon aber wir können natürlich auch einfach diesen weg hier wieder nehmen wir müssen irgendwo unten runter und halt nicht das war die höhle mit dem nur ausgaben wie wir nicht durch können das ist das war die sackgassen das kann aus aller sagt dass du einen kasten machen das macht in der anderen hülle mehr sind oder wir folgen einfach der macht das glaube ich richtig necks kommen sie hierher die hat der durchfunde eine halbe arbeit erledigt der losgekloppt in der anfangshöhle ja molly sitzt genau davor es ist eine position du kommst ein bisschen einfach den weg geradeaus weiter im graben ist da wirklich ein grab ich kann mich nur zur seite da bin ich nicht stehen und achtung da kommt gleich gegner ist und tiefer nur tiefer ja 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 die richtung ist gut die richtung ist doch doch noch weiter aber achtung irgendwie kommt nicht höher tiefer gut links oder andere mach ich doch jetzt hast du packen gerade jetzt musst du tief nach unten ja das ist die richtige richtung jetzt müssen wir fast direkt zu gerade So? Genau. Ganz toll. Ich müsste halt nur noch irgendwie die Freunde hier loswerden. Oh, ja. Hier sind wir wieder. Und der Schuh wieder. So, wer hier rief, gerade auch noch Ammo? Ja, ich nicht. Ich hab noch 500 Schuss. Ich hab Alkohol. Laut. Okay. Seid ihr da? Danke. Sag mal, rennen sie mir nicht in den Schuss? Ja, das sieht so aus. Oh, diesmal bin ich mit Alkohol, glaube ich. Ja, das sieht so aus. Ich hoffe nur, dass Body nicht nach da oben rennt zum Returnal. Das wäre echt geil. Ja, aber wenn wir hier unten jetzt die Knopf drücken und sie nach oben rennt. Ja, macht man natürlich. Ja. 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 Das ist dann noch gut wie nicht gerne. Ja. 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 drück den knopf da hinten 127 meter wir fangen schon mal an zu bohren würde ich sagen ja bohren ist eine gute idee wobei modi rennt immerhin nicht direkt gerade nach doch sie rennt nach oben ich fang ja oder zurück ich wollte nur ja hier ist der kasten war ah wo dann durch irgendwas durchgebrüht ja Es ist wieder gelb, noch schwarz, also alles gut. Super. Ach du Scheiße. Alter. Wir kommen, departing in T-minus 4 Minuten. Oli ist noch nicht da. Ja, sie kommt gerade. Oli kommt da. Super. Super. Super! 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 Flamme fire is an axelit friendly! Watch the incendiary grenade! Forever! Immune secured. Initiating launch sequence. Deeper Galactic, thank you for your good work. Droppa will leave with or without you. ich weiß es nicht aber kommen sie zurück aber ich habe zwischenzeitlich auch immer das was gehabt bei der gelingenheit natürlich trinke nicht vergessen stimmst du mir erst mal was neues holen denkst du mir die beste spezi natürlich die beste spezi ich habe da gehe ich mir kurz der tanz passt zu dem lied sobald ist es super hoch ich sehe was du da ich sehe was du da ich wähle dich ich wusste nicht wie viel ich brauch das hier yoink hier 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 ist hier Hier ist noch Gratis-Bier. Das letzte Bier. 500 Kredits mehr. Was? 500 Kredits mehr? Wofür? Was? Wann? Die Maschine. Ich bin sicher, du legst nicht zu den anderen 5 Millionen. Ich habe keine 5 Millionen. Entschuldigung, 4,3 Millionen. 6,5. Ich habe ja auch eigentlich fast nichts mehr, wofür ich das ausgeben kann. Wir machen ihn wohl doch reicher. Ganz klare Ausbeutung hier. Ja. Wie viele Millionen kriegt man da die FTP-Mitgliedschaft automatisch? Ab der ersten nicht selbst verdienten. Sobald du deine erste Million erbst, kriegst du automatisch eine FTP-Mitgliedschaft. Ab der ersten wiederh 오 möchten. Die FTP-Mitgliedschaft – ist heute wiederhopa. Ich bin stolz. 急fisch.